Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für geschmorte Aal mit Erbsen und Tomaten. Geschmorte Aal mit Erbsen und Tomaten-Eite, Angela in Umido Koi Pisselli ist ein Rezept aus dem Veneto. Für 6 bis 9 Personen werden folgende Zutaten benötigt. 1,5 kg Aale 500 g frische gepalte Erbsen 0,2 Liter Rinderbrühe, Gemüsebrühe oder Würfelbrühe 0,2 Liter trockener Weißwein 2 Tomaten Typ Pellati Zwiebel 2 Knoblauchzehen 5 Esslöffel Weizenmehl Type 405 3 bis 4 Esslöffel natives Olivenöl 1 bis 2 Lorbeerblätter Frisch gemahlener Pfeffer Salz Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Pfanne, Küchenpapier Zubereitung Aal Aale ausnehmen, den Kopf und die Flossen entfernen, häuten, waschen, mit Küchenpapier trocken tupfen und in Stücke 5 bis 6 cm schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen und mehl ihren. Tomaten Die Tomaten küchenfertig vorbereiten und klein schneiden. Fertigstellung Zwiebel, Knoblauch pellen, fein wiegen, in einem Topf mit Öl hellbraun anbraten und mit Wein und Brühe ablöschen. Den Lorbeer zufügen Den Lorbeer zufügen Die Erbsen, Lorbeer und Tomaten zufügen und alles zusammen gut durchkochen lassen. Aalstücke würzen und in einer Pfanne rundherum anbraten. Den Aal circa 20 Minuten in der Soße ziehen lassen. Als Beilagen eignen sich Barget, Ciabatta oder Pide Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!